Schönen Sonntagvormittag, herzlich willkommen bei der zweiten ORF-Pressestunde des heutigen Tages. Anlass ist unsere Serie zur Wien-Wahl mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aller im Landtag vertretenen Parteien. Nach Gernot Blümel hat jetzt die Wiener Vizebürgermeisterin und grüne Spitzenkandidatin Birgit Hebein Platz genommen. Guten Tag und danke fürs Kommen. Schönen guten Tag. Die Fragen stellt mit mir gemeinsam Doris Vettermann von der Kronenzeitung. Danke auch Ihnen fürs Kommen. Schönen Sonntag. Zu Beginn stellt Ihnen meine Kollegin Barbara Wolf die grüne Spitzenkandidatin in einem kurzen Porträt vor. Es soll Menschen zusammenbringen. Birgit Hebein, die Grünen. Alter 53. Ausbildung diplomierte Sozialarbeiterin. Wohnbezirk Rudolfsheim 5 Haus. Die gebürtige Kärntnerin ist seit 2000 für die Grünen tätig. Nach Stationen als Bezirksrätin und Klubabfrau in Wien Rudolfsheim 5 Haus zieht sie 2010 als Sozialsprecherin in den Wiener Landtag ein. 2018 gewinnt sie die Kampfabstimmung um die Nachfolge von Maria Vasilaku. 2019 wird sie dann Parteichefin, Vizebürgermeisterin, Planungs- und Verkehrsstadträtin. Sie will Wien zur Klimahauptstadt Europas machen und deckt auch gern an. Pop-up Radwege, autofreie Innenstadt, temporäre Begegnungszonen und der umstrittene Swimmingpool am Gürtel erhitzen die politischen Gemüter. Ihren politischen Standort bestimmt sie eindeutig. Ja, natürlich mache ich linke Politik. Was denn sonst? Ja, Frau Hebein, Sie haben damals auch dazu gesagt, linke Politik, das bedeutet für Sie Menschlichkeit, Menschenrechte und Gleichberechtigung. Noch vor dem Brand in Moria im Flüchtlingslager hat der Gemeinderat in Wien mit den Stimmen von SPÖ, NEOS und Grünen beschlossen, 100 Flüchtlingskinder aufzunehmen. Am Mittwoch im Nationalrat hat es praktisch denselben Antrag von SPÖ und NEOS gegeben. Die Grünen haben nicht mitgestimmt, haben das abgelehnt. Wie erklären Sie das Ihren Wählern? Im Grunde außerordentlich schwierig, das zu erklären, weil wir haben auf Bundesebene leider keine Mehrheit, so wie in Wien. Das heißt, keine Mehrheit von SPÖ, NEOS und Grüne. Das ist ein grundsätzliches Problem. Wir in Wien haben ganz klar gesagt, das ist eine Frage der Menschlichkeit, dass wir jetzt Familien, Kinder, die im Dreck liegen, unter den unwürdigsten Bedingungen hier bei uns in Wien aufnehmen wollen. Und dieser Menschlichkeit steht die türkise Partei allen voran, Herr Bundeskanzler Kurz, im Wege, was ich zutiefst bedauere. Jetzt waren Sie ja aber auch Teil der Koalitionsverhandlungsteams für die Koalition auf Bundesebene. Da hat es dann eigentlich überraschenderweise von beiden Seiten plötzlich sehr viel gegenseitiges Lob gegeben. Von Ihnen, für die ÖVP, auch von der ÖVP, für Sie. Jetzt klingt das schon ganz anders. Wenn Sie jetzt über die ÖVP sprechen, sprechen Sie von Unmenschlichkeit, von einer Blockiererpartei. Was ist denn da passiert oder warum war es denn damals anders? Wir haben kein Koalitionsabkommen unterzeichnet auf Bundesebene, wo Unmenschlichkeit drinsteht, auch nicht Corona, auch nicht ein abgebranntes Moria. Das heißt, wenn Krisen auftauchen, ist es die Verantwortung der Politik hier menschlich zu entscheiden. Das ist in diesem Fall nicht gelungen, wenn man die türkise Partei anschaut. Und ja, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich finde, es hat sehr viel mit dem Wiener Wahlkampf zu tun. Offensichtlich ist es der türkisen Partei wichtiger, in Meinungsumfragen zu gewinnen, als wie Menschlichkeit. Oder 100 Stimmen von der FPÖ zu lukrieren, als 100 Menschenleben zu retten. Wir haben gerade von Gernot Blümel gehört, dass sich die Haltung der ÖVP nicht ändern wird, auch nach der Wiener Wahl. Aber weil Sie das Koalitionsübereinkommen angesprochen haben, ich habe mir das noch einmal durchgelesen. Und auf Seite 194 steht, Mechanismen zur Verteilung von Migranten und Asylwerbern innerhalb der EU sind gescheitert. Österreich setzt keine Initiativen in Richtung Verteilung. Jetzt wäre es um eine Verteilung von Flüchtlingen gegangen. Sie haben aber damals mit unterschrieben, dass es das nicht geben wird. Würden Sie das Koalitionsabkommen so noch einmal unterzeichnen? Ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei, dass im Koalitionsabkommen kein Wort von Unmenschlichkeit steht. Ich bleibe dabei, dass Corona auch nicht drinnen steht. Und da steht drinnen, dass Sie keine Flüchtlinge und das Hügel aber aufnehmen. Einen Augenblick. Jetzt, wo Sie recht haben, da muss ich Ihnen tatsächlich recht geben, ist, auf europäischer Ebene gibt es keine Einigung. Das ist ein Drama, weil hier europäische Werte infrage gestellt werden. Hier leben Menschen auf europäischem Boden unter menschenunwürdigsten Bedingungen. Und ja, hier versagt auch die EU. Es gibt keine Einigkeit. Überhaupt keine Frage. Zehn EU-Länder sind bereit, Menschen aufzunehmen und die 13.000 Menschen einfach zu verteilen. Andere sind es nicht. Österreich ist nicht dabei. Und das bedauere ich zutiefst. Es ist völlig absurd, dass ich jetzt hier sitzen muss, Ihnen gegenüber sitze und kämpfen muss, dass ich 100 Kinder in Wien aufnehmen darf. Also ich muss ja fast bitten, die türkise Partei. Das heißt konkret, wir werden den Druck erhöhen. Wir werden weiter darum kämpfen, sei es über UNHCR oder Ärzte ohne Grenzen, dass letztendlich Kinder aufgenommen werden. Jetzt hat die ÖVP aber schon klargemacht, das steht auch im Koalitionsübereinkommen so drinnen. Und da wird sich die ÖVP nicht bewegen. Jetzt ist das ein durchaus wichtiges Thema, in dem sich die Grünen einfach nicht durchsetzen können. Haben Sie da nicht Angst, dass Ihnen da Wähler in Richtung SPÖ oder auch NEOS abhanden kommen? Beziehungsweise gibt es immer halt das grüne Argument, naja, es ist alles besser als mit der FPÖ. Reicht das sozusagen auf Dauer als Argument für die Grünen? Und beziehungsweise was ist denn eigentlich besser oder anders in der Flüchtlingspolitik? Das, was ich tatsächlich verstehe, ist die Enttäuschung von vielen, die gehofft haben, dass wenn jetzt die Grünen in der Koalition sind, dass es, was Menschenrechte anlangt, tatsächlich besser wird. Das ist offensichtlich Status jetzt nicht der Fall. Mein Eindruck ist auch, dass hier die ÖVP auf Bundesebene, wir merken es im Wiener Wahlkampf, ein bisschen spielt und ausprobiert, wie sehr sie nach rechts abdriften kann. Wir merken es an der dubiosen Nicolo-Diskussion. Da sind wir eigentlich nur von der FPÖ gewöhnt. Und das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei zu sagen, wir werden weiter darum kämpfen, weil es eine Frage der Menschlichkeit ist, hier sich am solidarischen Europa zu beteiligen. Sie haben dann nach den Koalitionsverhandlungen damals gesagt, ich habe noch ein Zitat rausgesucht, das Entscheidende ist, dass wir unsere Haltung bewahren in Menschen- und Grundrechtsfragen. Das machen Sie auch jetzt deutlich, aber die Frage dazu ist, wie viel ist Haltung wert, wenn man selbst als Regierungspartei nichts ändern kann? In der Frage ist es tatsächlich schwierig. Sie werden mich hier jetzt nicht glücklich erleben und auch nicht zufrieden, bringt aber den Kindern und den Menschen in Moria sehr wenig. Das heißt, das, worum es tatsächlich geht, ist jetzt nicht den Alltag überzugehen und den Druck nicht locker zu lassen. Wir merken ÖVP-Politiker, Politikerinnen stehen auch schon auf und sagen, das ist mit christlich-sozialen Werten überhaupt nicht mehr vereinbar. Das ist gut so, der Druck steigert sich, weil das ist ein wirklich schäbiges Machtspiel am Rücken von Kindern, das hier betrieben wird. Gibt es da für Sie eigentlich irgendwo eine Schmerzgrenze, wo Sie sagen, da können wir als Grüne jetzt nicht mehr drüber, da geht es einfach nicht mehr mit der ÖVP? Die wird es sicher geben, überhaupt keine Frage. Faktum ist aber, dass auf Bundesebene diese Mehrheiten der Menschlichkeit Stand jetzt nicht gegeben ist. Ich sitze Ihnen ja gegenüber als Wiener Vizebürgermeisterin. Und ich sitze Ihnen gegenüber als eine, die sagt, ja, ich stehe dazu. Ich bin nur immer froh, jeden Tag, dass ein Rudi Anschober uns durch die Corona-Krise führt und keine Frau Hartinger-Klein. Das gestehe ich Ihnen ganz offen. Ändert nichts daran, dass wir, was Moria anlangt, weiterkämpfen müssen. Moria ist auch zu einem Symbol geworden darüber hinaus, wo auch ein EU-Versagen sichtbar wird, eine Art Ohnmacht seit drei Jahren, weil es keine Einigkeit gibt, wie wir denn tatsächlich mit Menschen auf der Flucht umgehen. Aber Sie haben gesagt, es wird eine Schmerzgrenze geben. Da wollen wir wissen, wo liegt die. Sie sitzen uns nicht nur als Vizebürgermeisterin gegen, Sie sitzen uns auch als Landesparteichef in der mächtigsten Landesgruppe der Grünen gegenüber. Wo ist Ihre Schmerzgrenze? Die kann ich Ihnen jetzt nicht definieren, weil ich auch davon überzeugt bin, würde ich sagen, beenden wir die Koalition auf Bundesebene, wäre auch niemandem geholfen. Das heißt, noch gebe ich nicht auf, noch geben wir nicht auf, auch in dieser Menschenrechtsfrage klein beizugeben. Seien wir trotzdem jetzt auch ehrlich eine Spur? Wir führen die Diskussion, weil wir Wiener Wahlkampf haben, was auch immer Herr Blüme sagt oder gesagt hat, weil es tatsächlich darum, eine am Boden liegende FPÖ, dort Wähler und Wählerinnen zu fischen, das ist offensichtlich das Ziel der türkisen Partei, was ich sehr bedauere. Und jetzt, das war übrigens auch der Grund, dass ich gesagt habe, es ist schon eine moralische Frage, die Platz-2-Ansage in Wien. Weil ich würde mir wünschen, dass die Wähler und Wählerinnen in Wien diese Art der Politik tatsächlich nicht noch dankbar belohnen würden. Kommen wir zum Hauptthema unserer Tage, das ist zweifellos Corona, spielt auch in den Wiener Wahlkampf hinein. Würde mich interessieren, wie oft haben Sie schon einen Corona-Test gemacht? Einmal. Wie lange haben Sie warten müssen auf das Ergebnis? Ich habe ihn vor längerer Zeit gemacht und zwar habe ich privat bezahlt. Warum? Weil hätte es Ihnen so lange gedauert? Nein, gar nicht. Wenn es Sie wirklich interessiert, ich habe Blumen umgetopft, mich dabei verkühlt und die Mitarbeiterinnen im Büro, auch meine Kinder haben gesagt, jetzt ist es gescheit, einen Corona-Test zu machen. Und ich habe ihn gemacht. Jetzt warten sehr viele Menschen, gerade in Wien, sehr lange auf den Corona-Test, bis sie überhaupt einmal durchkommen bei der Hotline, bis sie drankommen, bis dann auch das Ergebnis kommt. Warum funktioniert denn das so schlecht? Wir haben in Wien tatsächlich hier Probleme und wir müssen hier in Wien besser werden. Überhaupt keine Frage. Ich verstehe die Verärgerung, Verunsicherung von sehr vielen, weil es dauert teilweise tatsächlich sehr, sehr lang, sowohl das Testen, die Ergebnisse, als auch das Kontaktmanagement. Das ist aber jetzt unglaublich wichtig, weil wir ein gemeinsames Ziel haben, über, hoffentlich, über alle Parteigrenzen hinweg, dass wir einen zweiten Lockdown verhindern und die Zahlen in Wien sind sehr, sehr ernst zu nehmen. Das heißt, Wien versucht jetzt raschestmöglich, mehr Personal aufzustellen. Das halte ich für essentiell. Im Augenblick, wir stehen schon auf roten Listen. Ich habe gerade jetzt mit einem Hotelier gesprochen, der vier von fünf Hotels zusperrt, 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kündigt. Er kann nicht mehr, trotz Kurzarbeit. Also ich glaube tatsächlich, dass das jetzt oberste Priorität hat. Ich würde mir aber wünschen, dass das Partei-Hickhack ein bisschen außen vor gelassen wird. Sie sagen, das hat jetzt oberste Priorität. Aber reagiert man da nicht als Stadt auch ein bisschen zu spät? Das Problem besteht ja nicht erst seit gestern. Hat man da nicht einiges verschlafen? Ich kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Vielleicht hätte man das eine oder andere rascher machen müssen. Hier und jetzt geht es darum, es besser zu machen. Wien ist gut durch die erste Krise gekommen. Wir sind eine Millionenstadt. Vergessen Sie das nicht. Da haben alle Menschen in Wien unglaublich zusammengehalten. Und man hat einigen Menschen, oder uns allen, sehr viel zugemutet. Jetzt geht es darum, dass man mit einer Stimme spricht. Die Leute werden sonst narrisch werden, was wirklich gilt und was nicht. Und da erlauben Sie mir auch den Menschen in Wien, allen noch einmal zu sagen, wie wichtig es ist, dass der Mund-Nasen-Schutz tatsächlich getragen wird, sobald man Räume betritt, die Abstandsregeln, die Hygienebestimmungen. Das sind Erfahrungen, die auch Experten, Expertinnen untermauern, die sehr, sehr wesentlich sind, dass wir jetzt bestmöglich miteinander gut umgehen können. Was ich dann nicht verstehe, auch weil Sie den Fehler eingestanden haben, dass man da jetzt zu spät reagiert, was das Contact-Tracing betrifft. Der Bund hat Ihnen mehrmals Polizisten, Bundesheer, Soldaten angeboten, die die Stadt unterstützt hätten. Die Stadt Wien hat immer gesagt, das brauchen wir nicht. Jetzt werden Sie vermutlich sagen, das war ein bisschen auch Wahlkampfgeplänkel der ÖVP, aber Werner Kogler hat das selbst am Freitag bei dem Gespräch mit den Landeshauptleuten an die Länder appelliert, dieses Angebot anzunehmen, weil 50 Prozent der Infektionsquellen sind in Wien völlig unklar. Werden Sie das Angebot jetzt annehmen und Polizisten und Bundesheer Soldaten einsetzen? Da muss man einen Schritt zurückgehen. Warum gab es tatsächlich diese und gibt es diese Möglichkeit, hier auch auf Polizisten, Polizistinnen, Soldaten, Soldatinnen zurückzugreifen? Der Anlass war Oberösterreich. Oberösterreich hat ein Gesundheitssystem, das bei Weitem nicht so gut aufgestellt ist in Wien. Macht übrigens auch progressive linke Politik aus, dass man ins Gesundheitswesen viel investiert. Wir sehen jetzt, dass es sich auszahlt. Und Wien hat immer gesagt, wir werden jetzt vor allem Studierende, Medizinstudenten, Studentinnen lukrieren. Alles machen auch innerhalb des Magistrats, um raschestmöglich Menschen zu finden für Kontaktmanagement. Das halte ich jetzt für das Wesentliche. Das Angebot ist eine Kannbestimmung, das Länder tatsächlich in Anspruch nehmen können. Wien versucht es noch auf anderen Wegen und das sehr rasch. Das heißt, ich verstehe es nicht ganz, weil Sie haben selber eingestanden, dass es ein Problem gibt. Es gibt das Angebot. Sie nehmen es trotzdem nicht an. Die Stadt Wien versucht jetzt tatsächlich, und das muss man schon respektieren, aufzustocken auf allen Ebenen. Das heißt, 800 Personen, Kontaktmanagement, alles zu tun. Und ich bin davon überzeugt, wenn man es nicht gut schaffen wird, man auch letztendlich darauf zurückgreifen müssen. Aber ich gehe noch einen Schritt zurück. Ich habe auch gehört, was Herr Bundeskanzler Kurz gesagt hat, jetzt am Freitag, dass Wien mehr tun muss. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir uns jetzt nicht über den Medien ausrichten, was alles zu tun ist und wer was alles besser weiß und weniger besser weiß, sondern dass sich dann Wien und Bund halt an einem Tisch setzt, einen Gipfel macht und der Bund oder auch der Herr Bundeskanzler, wir sind die Bundeshauptstadt Wien übrigens, auch Angebote macht, die Hand reicht, weit über das, was Sie jetzt gemeint haben, mit Polizei hinaus, sondern dass man einfach einmal miteinander redet und sich nicht über den Medien alles ausrichtet. Ich merke es, dass den Leuten das tatsächlich genug ist. Nur noch einen Satz, weil es mir sehr wichtig ist. Ich halte es jetzt für sehr gut, dass SPÖ, Grüne und Türkise Partei gemeinsam die Maßnahmen beschlossen haben, die jetzt gelten. Sie meinen das Corona-Gesetz? Ja, ich finde nach wie vor, entgegen aller Unkenrufen, die Ampel als eine gute Orientierung. Und ich halte es nach wie vor für sehr wichtig, dass wir auf den Rat der Experten und Expertinnen hören, wir Politiker, Politikerinnen sind und werden nie Virologen werden. Das heißt aber sozusagen, das Angebot der Bundesregierung, dass Sie da Polizistinnen, Polizisten, Soldatinnen und Soldaten bekommen, reicht Ihnen nicht? Wenn ich das jetzt richtig herausgehört habe, werfen Sie der Regierung eigentlich vor, Wien da nicht genug zu unterstützen und nicht genügend Hilfe anzubieten? Nein, das, was ich tue, weil sonst würde ich mich ja selber kritisieren müssen, ist, dass wir jetzt über Medien schon weitere Überlegungen anstellen. 22 Uhr, 1 Uhr, Nachtruhe vorverlegen doch nicht, ein Land ja, ein Land nein. Der Nächste sagt, wir müssen wieder die Zettel auflegen im Gastgewerbe. Alle fragen sich, wie soll das gehen mit dem Datenschutz her? Mein Eindruck ist, dass es gescheiter wäre, dass wir solche Maßnahmen einmal länderübergreifend und mit der Bundesregierung diskutieren, bevor wir medial noch weitere Maßnahmen austauschen, die alle nicht ausgegoren sind. So hat es zumindest ein Anschein. Die Leute haben jetzt tatsächlich ein Recht darauf, dass ein bisschen Ruhe einkehrt, dass die Maßnahmen wirken können und dass wir wieder alle an einem Strang ziehen. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ab morgen müssen sich Gäste registrieren, wenn sie in ein Gasthaus, in ein Kaffeehaus gehen, müssen dort ihre persönlichen Daten hinterlegen. Das hat die Stadt Wien vergangene Woche, ich glaube am Donnerstag, bekannt gegeben, dass das ab morgen verpflichtend so sein wird. Sie als der grünen Koalitionspartner waren da nicht eingebunden und lehnen das ab? Nein, ich sage Ihnen, dass noch nicht alle Fragen geklärt sind, vor allem was die Datenschutzbestimmungen anlangt. Ich sage Ihnen, dass viele aus dem Gastgewerbe sagen, wie sollen wir das jetzt handhaben? Ich sage Ihnen, und das ist mir sehr wichtig, dass, ja, die Länder haben jetzt ab morgen auch Kompetenzen, das wollten sie haben, dass man individuell auch reagieren kann. Mein Eindruck, und dabei bleibe ich, ist, dass die Menschen schon so verunsichert sind, was jetzt gilt, wo was gilt, dass es mir wichtig wäre, wenn wir all diese Diskussionen über die unterschiedlichen Vorschläge tatsächlich einmal intern auch so diskutieren, mit der Bundesregierung gemeinsam und nicht über die Medien. Aber verstehe ich das richtig, dass Sie als grüne Vizebürgermeisterin nicht eingebunden waren in diese Maßnahme? Sonst hätten Sie dort Ihre Bedenken einbringen können und dann hätte man sagen können, warten wir noch eine Woche. Wir haben natürlich all die Maßnahmenpakete, die wir jetzt auf den Tisch gelegt haben, in Wien gemeinsam verhandelt. Wir haben drei Corona-Pakete verhandelt im Wert von 200 Millionen. Da geht es um Unterstützungen, was die Lehrlinge anlangt, bis zur Arbeitsplatzschaffung von Langzeitarbeitslosen Menschen, bis zu Ausfallshaftungen in der Hotellerie oder im Tourismusbereich. Das halte ich für sehr wichtig, dass das alles gemeinsam getragen wird. Noch einmal, und das ist mir sehr wichtig, wir haben ja jetzt eine Krise, wo wir wissen, dass der Herbst sehr schwierig wird. Wo wir wissen, wir werden noch sehr viel Geduld brauchen und Menschen einiges zumuten, bis es zur Impfung kommt. Und das schaffen wir nur gemeinsam. Mein Eindruck ist, unabhängig von Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, dass wir aufpassen müssen, dass die Leute nicht völlig verrückt werden, weil sie nicht mehr wissen, was gilt und was gilt nicht. Vielleicht eines noch dazu, bevor wir zu den konkreten Maßnahmen, die Sie sich vorstellen, kommen können. Es gab ja dieses Treffen am Freitag, wo alle Landeshauptleute eingeladen waren. Michael Ludwig ist nicht hingekommen, hat Stadtrat Gesundheit, Stadtrat Hacker geschickt. War das ein Fehler? Warum? Weil Sie sozusagen beklagen, dass man nicht genug eingebunden ist, Bund und Länder, dass man zu wenig miteinander spricht, zu wenig einheitlich vorgeht. Wäre es dann nicht besser gewesen, sozusagen den Bürgermeister zu schicken? Ja, das ist jetzt ein Hickhack. Und was wäre, wenn? Ich glaube ja tatsächlich, dass wir aufhören müssen, uns gegenseitig die Dinge auszurichten. Wurscht, ob das Wien-Bashing vom Herrn Nehammer, egal ob Besserwieserei von einzelnen Politiker, Politikerinnen. Wir haben jetzt eine gemeinsame Krise zu bewältigen. Wir haben jetzt eine gemeinsame Krise zu bewältigen. Kein Mensch versteht mehr, warum gestritten wird. Und insofern ist mein Appell, wenn der Herr Bundeskanzler sich schon Sorgen macht um Wien, er kann auch einladen zu internen Gespräche, dass man weitere Maßnahmen überlegen kann, aber uns das nicht über den Medien ausrichtet. Und wenn Sie sagen, es gilt jetzt die Krise zu bewältigen, ist aber schon die Frage, wie? Und jetzt gibt es halt eben auch einige Maßnahmen, die am Tisch liegen. Würde man die ganz gerne genauer ansehen. Das heißt, wenn ich Sie auch richtig verstanden habe, sind Sie gegen die Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr? Der Finanzminister Blümel hat es vorhin gerade von Wien noch einmal eingefordert. Das ist einer der Grundprobleme, dass der Finanzminister jetzt, also ziemlich unklar ist, ist er jetzt Spitzenkandidat für Wien? Oder gibt es da jetzt einen Wanderzirkus? Das ist ziemlich klar als beides. Oder er fordert, wie viel Wien war es? Sollte eigentlich Wien vertreten? Aber zu Ihrer Frage. Ich habe heute noch einmal mich mit Rudi Anschober kurz geschlossen, mit Experten auch in Wien. Wir sind ja auch im Krisenstab vertreten. Ist das Gastgewerbe tatsächlich jetzt ein auffälliger Cluster? Nein, ist es nicht. Wir müssen uns aufpassen, will aufpassen, dass wir uns jetzt nicht verrennen im Gastgewerbe. Weil das eigentliche Problem ist tatsächlich, dass Privatpartys stattfinden, dass Sperrstunden nicht gelten. Das heißt, oder kaum wahrgenommen werden. Das heißt, vielleicht einen Schritt zurück und sagen, dass jetzt ist entscheidend, dass das Kontaktmanagement gut funktioniert, dass rasch informiert wird, wenn jemand positiv getestet worden ist. Dass man verhindert, dass die neue Infektionszahlen so steigen. Mich würde interessieren, weil es ja wirklich zahlreiche Reisewarnungen für Wien gibt. Sei es aus Deutschland, Niederlande, Belgien, Schweiz, Dänemark hat ganz Österreich. Wien ohne Touristen, Sie haben es angesprochen, einen Hotelier. Wie lange hält die Stadt das aus? Das ist eine schwierige Frage, weil wir realistischerweise wissen, dass uns das noch Monate, wenn nicht Jahre beschäftigen wird, die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und Arbeitslosenkrise, die wir jetzt haben. Das Entscheidende, glaube ich, ist tatsächlich, raschest von der roten Liste zu kommen. Dazu müssen die Zahlen sinken und dazu muss das Kontaktmanagement besser funktionieren. Und da sind wir jetzt dran, auch in Wien, dass es besser funktioniert. Und ich bleibe dabei, das schaffen wir gemeinsam. Es wird weder Wien alleine schaffen, noch die Bundesregierung alleine. Ein Thema, das sowohl die wenigen Touristen, die da sind, als auch die Wiener wahrscheinlich sehr interessiert. Können Sie sich Weihnachtsmärkte vorstellen mit einem Alkoholverbot oder wie soll das funktionieren? Ich finde es sehr wichtig, dass wir hier auf die Experten und Expertinnen hören. Die werden einen Vorschlag erarbeiten. Wir müssen bis dahin die Zahlen gut beobachten und dann natürlich Vorsichtsmaßnahmen treffen. Weil die Gesundheit steht über allem. Und ich glaube, dass das machbar ist. Ich glaube, es ist machbar mit Mund-Nasen-Schutz, mit Abstandsregeln, mit Corona-Beauftragten vor Ort, mit einem Konzept. Nur sollen sich das, finde ich, die Experten, Expertinnen überlegen, was vorschlagen. Und nicht aus der Hüfte geschossen von der Politik kommen. Aber mit einem Mund-Nasen-Schutz trinkt sich auch selbst ein alkoholfreier Punsch ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sarkastisch verstehen soll. Dazu ist mir das Ganze eine Spur zu ernst. Ich gehe noch einen Schritt weiter zurück. Ich habe jetzt gerade einen Zivilinner kennengelernt vor ein paar Tagen, der positiv getestet worden ist. Vor längerem. Und der hat noch immer Atemprobleme. Das heißt, wir wissen noch eine Spur zu wenig auch über die Langzeitfolgen. Ich halte es sehr wichtig, dass man Wissenschaft, Fakten, Forschung, Experten, Expertinnen immer beizieht. Ich halte es auch wichtig, dass die bei Pressekonferenzen beigezogen werden. Weil das auch das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit erhöht in der Bevölkerung. Und dass wir dann ganz ruhig und sachlich und vernünftig Maßnahmen setzen und das laufend beobachten. Es gibt die gesundheitlichen Langzeitfolgen, es gibt die wirtschaftlichen Langzeitfolgen. Koste, was es wolle, war da die Parole der Regierung. 50 Milliarden Euro an Hilfspaketen. Denn das wirft unweigerlich die Frage auf, wer soll das bezahlen? Braucht es zwingend Vermögensteuern? Ist eine Frage. Ist eine Frage. Also es hat geklungen wie eine Feststellung. Und man dachte, da brauche ich gar nichts sagen. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir jetzt investieren müssen. Alles, was wir jetzt nicht tun, wird uns doppelt und dreifach auf den Kopf fallen. Das heißt, ich halte es richtig für richtig, dass hier 50 Milliarden Paket auf Bundesebene geschnürt worden ist. Und ich halte es für richtig, dass wir inzwischen schon 200 Millionen in Wien geschnürt haben. Darüber hinaus noch einmal 200 Millionen für den Gesundheitsbereich. Wer wird, also die Frage ist ja nicht, wer wird das bezahlen, sondern wie investieren wir jetzt richtig und gut, dass wir durch diese Corona-Krise kommen, ohne gravierende Langzeitschäden, auch was die Wirtschaft anlangt. Und weil es noch nicht erwähnt worden ist, wir Grünen, und dazu stehe ich auch, sind auch die Einzigen, die sagen, wir werden diese Corona-Krise nicht bewältigen, wenn wir die Klimakrise dabei ignorieren. Ich sage es Ihnen nur, weil ich tatsächlich auch hier im Gegensatz zu vielen anderen der Meinung bin, es wird nie mehr oder es wird nicht darum gehen, jetzt wieder Corona wieder aufzubauen, sondern wir werden einen Aufbruch wagen müssen, weil sonst rasen wir auf die nächste Katastrophe zu. Klimaschutz ist unser nächstes Thema. Ich möchte nur ganz kurz, weil Sie haben jetzt die Frage nach den Vermögenssteuern nicht beantwortet. Ja, Entschuldigung, Sie haben recht, ich will mich nicht davor drücken. Selbstverständlich wird am Ende des Tages eine Vermögensbesteuerung dazu beitragen, hier auch solidarisch mitzuzahlen und die Kosten zu übernehmen. Ich halte es mit Werner Kogler, jetzt ist es einmal wichtig, es gibt günstige Kredite zu investieren, damit wir gut durch die nächsten Monate kommen und dann am Ende des Tages ist Vermögensbesteuerung natürlich für uns Gründer ein Thema. Sie haben jetzt Werner Kogler erwähnt, der hat das nämlich auch schon gefordert, ziemlich am Beginn der Krise, ist dann aber zurückgerudert, hat gesagt, ist in ein paar Jahren Thema. Sie haben dann auf Twitter damals geschrieben, die Verschiebung sei kein gutes Signal. Werden Sie da innerparteilich Druck machen, dass man Druck auch auf den Koalitionspartner macht, weil die ÖVP-Lin das natürlich kategorische Abfandungssteuern? Ich richte prinzipiell meinen Kollegen und Kolleginnen nichts über Medien aus. Also wenn internen Druck, ja natürlich ist das bei uns intern Thema, aber nicht nur das. Es ist auch das Thema, wie schaffen wir es, dass wir jetzt auch niemanden übersehen. Das halte ich für die eigentliche Herausforderung. Und wenn heute verkündet worden ist, dass es 1000 Euro Mindestsicherung gibt, also Entschuldigung, eine Mindestpension gibt, dann ist das ein enorm wichtiges Signal, weil wir Grünen die Armutsbekämpfung zum Beispiel für sehr, sehr wichtig halten. Hier gilt es auch darum, da geht es um 200.000 Pensionisten, Pensionistinnen, vor allem Frauen, zwei Drittel Frauen. Die Frauen kommen mir in der ganzen Diskussion überhaupt viel zu kurz mit der Doppelbelastung. Und jetzt geht mir einen Schritt und sagt, man erhöht es, die Ausgleichszulage auf 1000 Euro. Das ist für die Menschen, die es betrifft, sehr, sehr viel Geld. Das sind insgesamt 440 Euro im Jahr. Ab nächstem Jahr, das halte ich für einen wichtigen Schritt auch. Und das freut mich auch, dass da durch die Mindestsicherung ebenfalls erhöht wird. Das heißt, nächstes Jahr gibt es eine Mindestsicherungserhöhung seitens der Bundesregierung, also türkis und grün, von circa 200 Euro mehr. Das sind auch richtige Schritte, damit wir hier niemanden übersehen. Dann kommen wir zum Thema Klimaschutz. Wir haben es schon kurz angesprochen, mit welchen Verkehrsmitteln sind Sie denn zu uns heute ins ORF-Zentrum gekommen? Ich bin heute mit dem Auto gekommen, fahre am Nachmittag mit meinem Sohn mit dem Fahrrad weg. Das heißt, ich habe immer gesagt, ich bin eine Sommer-wie-Winterradlerin und borg mir gelegentlich ein Auto aus. Und ja, ich war jetzt auch beim Baumarkt, mir Bretter und Stichsäge besorgen, haben mir auch ein Auto ausgeborgt und fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es darf in Zeiten wie diesen echt nicht mehr darum gehen, dass man den einen gegen den anderen ausspielt. Dazu ist die Klimakrise zu ernst. Wir wissen, dass die Abgase, die Verkehrspolitik unser Sorgenkind in Wien ist. Aber, muss man dazu sagen, es geht nicht ums Gegeneinander ausspielen, aber Ihr klares Ziel ist auch festgeschrieben, dass nämlich in zehn Jahren deutlich weniger Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. Sollen nämlich nur noch 15 Prozent mit einem Kfz, der Rest mit Öffis oder mit dem Rad. Warum sollte ein Autofahrer die Grünen wählen, wenn sie ihn das Automatik machen? Das, was Sie jetzt vorgelesen haben, ist ein Beschluss der Smart City-Strategie der rot-grünen Koalition. Das heißt, wir haben uns in der Koalition gemeinsam vorgenommen, dass wir den Anteil des motorisierten Individualverkehrs auf 15 Prozent senken und dass wir bis 2030 die Abgase um die Hälfte reduzieren. Und ich bin halt eine, die das ernst nimmt. Und das heißt nämlich auch konkret handeln, konkret umsetzen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Das heißt, neben dem öffentlichen Raum, den wir umverteilen müssen, weil es kann nicht mehr sein, es kann, seien Sie mal nicht böse, es kann nicht mehr sein, dass zwei Drittel des Straßenraums von Autos besetzt ist. Ich will hier umverteilen, wir haben jetzt 50 Straßen und Plätze den Menschen schon zurückgegeben. Das heißt Luft, das heißt Lebensqualität, Aufenthaltsqualität. Das ist das eine. Wir müssen die Stadt abkühlen, auch wenn wir die Klimakrise gut vorbereiten. Wir haben jetzt Tausende an Bäumen gepflanzt im Straßenraum. Das ist immens wichtig. Das ist die natürlichste Abkühlung. Und ja, die Mobilitätswende müssen wir umsetzen. Da gehört die autofreie innere Stadt. Bitte keine Diskussion über die Überschrift, eher über den Inhalt, weil natürlich die Ausnahmen dazugehören. Menschen, die es brauchen, werden weiterhin in die innere Stadt fahren. Wie Temporeduktion. Das heißt, das Ziel ist es, dass Menschen nicht mehr aufs Auto angewiesen sind, Alternativen haben, öffentliche Verkehrsmittel haben. Und letztendlich eine Stadt, wo sie bei der Tür hinausgehen, ein bisschen Grünraum haben, vielleicht ein Bankerl, wo man sich hinsetzen kann, wo man innerhalb von 15 Minuten alles Notwendige erreicht. Ja, das ist meine Vision von WI. Sie haben es gerade angesprochen, die autofreie Innenstadt. Ob das jetzt dann tatsächlich autofrei ist oder nur eine Reduktion um 30 Prozent. Sie wollten es ja unbedingt noch vor der Wahl durchsetzen. Das wird sich wohl nicht mehr ausgehen. Es ist offenbar auch daran gescheitert, dass das Konzept noch nicht sehr ausgereift war oder dass es so sehr viele Einwände war mit sehr vielen, die da irgendwie beteiligt waren, davor nicht gesprochen wurde. Wann soll denn das jetzt realisiert werden? Ich habe einen anderen Blickwinkel natürlich. Wir reden über die autofreie innere Stadt seit Herbst. Es hat zwei Jahre Verfahren gegeben mit allen Parteien in der inneren Stadt. Also überhaupt nicht von heute auf morgen ist Punkt eins, Punkt zwei. Wir haben ein ordentliches Verfahren durchgeführt. Und da gab es nicht einmal Einsprüche von SPÖ-Bezirken, sondern nur von einer ÖVP-Bezirk, die befürchtet hat, dass zu viele Autos dann in ihrem Bezirk landen werden. Nein, haben wir alles geklärt. Und teilweise von der Wirtschaftskammer, da haben wir die Anregungen teilweise übernommen. Warum tun wir denn das? Wir tun es tatsächlich, weil uns sonst unsere Stadt um 7,6 Grad aufheizt und die Abgase heizen es uns noch mehr auf. Das heißt, wir tragen ja Verantwortung für die nächsten Generationen. Es liegt seit Wochen, um Ihre Frage zu beantworten, beim Herrn Bürgermeister, und ich nehme an, weil halt Wahlkampf ist, wird sich, ja, die Prüfung dauert jetzt schon wochenlang. Bei Wahlkampf, es ist halt Wahlkampf und insofern geht das leider im Wahlkampfgeplänkel unter, was ich sehr bedauere. Aber generell zum Autofahren, Sie nennen es umverteilen, andere werfen Ihnen vor, Sie wollen das Autofahren generell unattraktiv machen. Ihre Kritiker meinen auch, Sie sickieren eigentlich die Autofahrer so lange, bis die völlig entnervt dann doch ihr Auto stehen lassen. Ist das der richtige Weg, die Menschen zum Umdenken zu bewegen? Wenn es so wäre, ja, ist aber nicht so. Wir haben jetzt allein im letzten Jahr 50 Projekte umgesetzt im Straßenraum, wo wir Grünraum geschaffen haben, mit großer Zustimmung aus der Bevölkerung, wir haben das fast ausnahmslos gemeinsam mit den Bezirken gemacht. Wir haben jetzt 30 Radwegprogramme umgesetzt. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil Menschen dadurch erfahren, dass der Raum auch Lebensqualität birgt. Dass der Platz, den wir schaffen, auch Luft heißt, auch Aufenthaltsqualität. Und wir vernehmen enorm große Zustimmung. Aber kommen wir noch mal kurz auf die verkehrsberuhigte Innenstadt zurück. Jetzt im Nachhinein, rein vom Prozedere, Sie sind Vizebürgermeisterin. Sie kennen, Sie wissen, wie Politik in Wien funktioniert. Wäre es nicht besser gewesen, den Bürgermeister früher einzubinden, damit das Projekt eine Chance hat? Ist es nicht jetzt schon beschädigt? Und würden Sie das im Nachhinein vom Formalen her wieder so machen? Erstens, grundsätzlich ist man im Nachhinein immer gescheiter, aber nicht in diesem Fall. Ich habe ab Herbst offen Gespräche darüber geführt. Und es wurde gemeinsam diskutiert, gemeinsam entschieden, ein ordentliches Verfahren. Nein, ich bleibe dabei, dass das ein Wahlkampfgeplänkel ist. Was ein Fehler war vielleicht oder was ich bedauere ist, bevor wir die Abschlussrunde geführt haben mit allen Parteien außer der FPÖ, wie wir es kommunizieren, war das zwei Tage zu früh in den Medien. Dann war nur mehr die Frage Haltung und durch. Aber jetzt muss ich aufpassen, das wird jetzt ein bisschen klein, klein. Ich möchte diesen Schritt zurück machen, auch weil Sie es angesprochen haben, mit Vermiesen oder so. Ich bin davon überzeugt, dass wir ja die Zustimmung der Bevölkerung brauchen. Sonst werden wir die Verkehrswende nicht schaffen. Und das, was Menschen wollen, ist bequem von A nach B zu kommen. Das im Alltag. Vor allem Frauen nehmen viel an, dass den öffentlichen Raum war. Und da halt ist es für wichtig, dass wir Alternativen anbieten, Sharing-Systeme, Radweg, öffentliche Verkehrsmittel, vor allem in die Außenbezirke. Da gebe ich Ihnen recht. Ohne Alternativen ist es nicht machbar. Dass Verkehrspolitik viel emotionell, also viel, ja, das wissen wir, ja, also das ist nichts Neues. Ich würde interessieren, ich habe das Grüne Wahlprogramm gelesen, das hat 96 Seiten. Ein Wort habe ich nicht gefunden, City-Maut. Und das war über viele Jahre die grüne Forderung in der Verkehrspolitik. Haben Sie sich davon verabschiedet? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Wir haben ab Herbst alle Beteiligten einmal an einem Tisch gesetzt. Von ÖAMTC bis ABÖ bis Fridays for Future, alle Parteien auf Bezirks- und Länderebene. Und ich habe einmal die Frage gestellt, jetzt würde mich einmal Ihr Verkehrskonzept interessieren. Und wie können wir das angesichts der Klimakrise in den Griff bekommen? Da hat es etliche hunde Tische gegeben, auch Bürgerinnenbeteiligung, das heißt, da haben sich 1700 Menschen beteiligt. Und Sie werden erstaunt sein, wie groß die Bereitschaft zur Veränderung da ist, bis zur Taxi-Innung. Oder der ÖAMTC, der jetzt auch investieren will in Ratausbau und Rataangebote. Mein Eindruck ist, das Bewusstsein ist viel weiter, dass wir rasch handeln müssen, als es tatsächlich bei einigen Parteien ist. Wir sehen uns als Grüne hier tatsächlich als Daktgeber in der Frage, vielleicht nur ein Beispiel, 365-Euro-Ticket. Am Anfang hat es auch geheißen, es geht nicht um Himmel, also auf keinen Fall. Und es wurde ein Erfolgsmodell. Genauso werden wir in ein paar Jahren da sitzen, hoffentlich oder eventuell. Und dann sagen, wir können uns die innere Stadt gar nicht mehr anders vorstellen. Also mit so viel Platz für Menschen oder Tempo 30 innerhalb des Gürtels. Platz gewonnen, Ruhe, weniger Abgasse. Ich bin nur sehr zuversichtlich. Also ein konkretes Modell für die City-Maut gibt es nicht. Das halte ich jetzt mal fest. Nein, ich bin jetzt ausgewichen. Sie haben recht. Wir haben uns geeinigt im Zuge der runden Tische, dass wir eine neue Parkraumbewirtschaftung machen. Das heißt, ein neues Zonenmodell. Wenn Menschen von außen kommen, wird das neues Tarifmodell sehr teuer werden. Nicht nur das. Sie haben jetzt mit der Klimaministerin, Verkehrsministerin auch darauf geeinigt, dass wir Alternativen im Umland brauchen. Ausbau, ÖBB, Öffis, weil sonst werden wir es nicht schaffen. Machen wir es vielleicht noch ganz kurz konkret. Wie viel teurer soll Parken für Nichtwiener werden? Und eine Möglichkeit, was Sie ja immer wollen, Parkplätze reduzieren. Eine Möglichkeit wäre, das relativ günstige Parkpickerl für Bewohner, das 120 Euro im Jahr kostet, massiv zu verteuern. Dann würde das auch unattraktiver werden. Soll auch das teurer werden? Natürlich ist es so, je teurer es wird, desto mehr ist es Abschreckung. Mir ist es aber hier vor allem wichtig, dass wir es gemeinsam diskutieren, aber ehrlich sind und den Menschen nichts vormachen. Autoverkehr wird teurer werden. Es wird gleichzeitig immer Menschen geben, die aufs Auto angewiesen sind. Und wir können uns als Wieners nicht mehr leisten, dass da 260.000 Autos täglich nach Wien fahren. Das geht sich nicht mehr aus. Also wird es Alternativen brauchen? Wird es vor allem auch Park-and-Ride-Anlagen in Niederösterreich brauchen? Oder auch andere Umstiegsmöglichkeiten, wir diskutieren gerade, dass wir Radlangstrecken wie Niederösterreich schaffen. Da gibt es viele Alternativen. Geld ist eines davon, aber nicht oberste Priorität. Sie setzen ganz stark auch auf den öffentlichen Verkehr. Es gibt jetzt eben, wie schon angesprochen, die Jahreskarte um sozusagen einen Euro pro Tag. Sie fordern jetzt ein Jahr gratis Öffi-Nutzung. Wir kommen dann gleich noch darauf im Zuge der ganzen Wahlkampfthemen. Kostet ungefähr 400 Millionen. Laufen Sie da nicht Gefahr, dass dann den Öffentlichen das Geld einfach für weiteren Ausbau fehlt? Nein, weil ich nichts davon halte, das eine gegen das andere auszuspielen. Warum? Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass die Frage des Klimas immer auch eine soziale Frage ist. Das heißt, wer wohnt denn entlang des Gürtels? Wer braucht denn vor allem im Sommer die Beschattung und den öffentlichen Raum? Das sind Menschen mit eher weniger Einkommen, die sie weniger Urlaub oder Häuser am Land leisten können. Aber vom Gratis-Öffi-Ticket profitieren ja alle auch Gutverdiener. Ist das sozial? Nein, das heißt, man vergisst oft in der Diskussion, dass fast die Hälfte der Wiener Wienerinnen kein Auto hat. Und auf der einen Seite haben wir jetzt Corona, wo viele den Euro schon umdrehen müssen. Und auf der anderen Seite müssen wir wieder ein Stück weit auch das Vertrauen in den öffentlichen Verkehr schaffen. Und warum nicht ein Jahr den Menschen in Wien das zugestehen? Dann hat man was fürs Klima dann und für die Brieftasche, wenn Sie so wollen. Sie haben mal in einem Steckbrief der Austria-Presseagentur vor der Wien-Wahl auf die Frage gesagt, was denn ihr größter Erfolg war, mehr Bäume, Brunnen, Bankerl und Begegnungsorte in Wien geschaffen zu haben. Da kann man den Eindruck bekommen, die Grünen geben sich mit kleinen Projekten auf Bezirkssieber nicht zufrieden, während der SPÖ die Stadt führt. Könnte man den Eindruck gewinnen. Wir können uns nämlich gern auch darüber unterhalten, auf etwas, was ich sehr stolz bin. Wir haben jetzt nämlich Energieraumpläne geschaffen in Wien, weil neben dem Verkehr ist Gebäude, Gebäudesanierung und Kalt-Warmwasser, Energieverbrauch, Energiewende ein enorm wichtiges Thema. Und diese Energieraumgebiete heißen, dass sich zukünftig Neubau ohne fossile Energieträger macht. Wir geben momentan schon mehr an Energie im Sommer zum Kühlen aus, als im Winter zum Heizen. Das heißt, raus aus Öl und Gas, weg mit diesen fossilen Energieträgern. Das ist Zukunft. Da bauen wir gerade was für unsere Kinder und Enkelkinder. Das heißt, das haben wir jetzt gerade auf den Weg gebracht. Oder wenn Sie mir noch erlauben, ein Punkt neben der Grünraumkarte auch, dass wir zukünftig neu bauen mit Solardächer, mit Beschattungen. Dass alles einen neuen Weg geht, dass wir neue Technologien anwenden. Das halte ich für, es klingt nicht so spannend, aber es ist Zukunft. Das ist machbar. Gerade in Wien, wo es so viel Innovation gibt, so viel an Ideen. Ich würde gerne noch mal auf die Kosten zurückkommen, auch Ihre Wahlkampfforderungen. Da haben wir das Öffi-Ticket. Das sind 400 Millionen. Sie fordern eine 35-Stunden-Woche, 350 Millionen pro Jahr. Sie haben in Ihrem Wahlkampfprogramm eine Grundsicherung drinnen, wo ich aber nirgends gefunden habe, wo Sie selber irgendwo beziffern, wie viel das kosten soll. Und Sie fordern die Rücknahme der Indexierung der Familienbeihilfe für Kinder, die im Ausland leben. 62 Millionen. Wenn man das addiert, kommt man auf 900 Millionen oder mehr. Wer soll denn das alles bezahlen? Wie soll das finanziert werden? Zwei Ebenen. Wenn wir nichts gegen die Klimakrise tun, werden wir momentan zwischen 3 und 12 Milliarden Euro zahlen. Wer wird das bezahlen? Das meine ich jetzt gar nicht böse. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, wenn wir jetzt nicht rasch handeln, gehen wir sehenden Auges in einen Klimakollaps zu. Und da wird dann nicht mehr die Frage entscheidend sein, wer das bezahlt. Dann nehmen wir uns nämlich die Lebensgrundlagen. So ernst ist die Situation. Aber auf der anderen Seite ist es auch machbar, hier entgegenzusteuern. Ich halte es für sehr wichtig, dass jetzt die Klimamilliarde beschlossen worden ist auf Bundesebene. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir auch in Klimajobs in Wien investieren, weil wir so beides schaffen. Die Corona-Krise und die Klimakrise. Einen Augenblick. Wenn Sie sich das Haus vorstellen, ein Haus. Am Dach ist das Potenzial für die ganze Solartechnik. Solartechnik. Dann haben wir die Gebäudesanierung. Im Keller können wir Wärmepumpen installieren. Wir gehen nach Haus, schaffen Regionalität, Grünraum, öffentlicher Verkehr. Das sind Zukunftsjobs. Das halte ich für wirklich wichtig. Die Frage nach der 35-Stunden-Woche ist auch eine wichtige, vor allem eine frauenpolitische. Wir haben beklatscht. Die Pfleger und Pflegerinnen waren dankbar, weil die haben sich beim Lockdown, da wurde es sichtbar, um uns gekümmert. Und wir als Stadt Wien sind der größte Arbeitgeber. Wir haben 65.000 Bedienstete, davon 97% Frauen als Kindergartenpädagoginnen, 82% Pflegerinnen, auch Frauen neben Rettung und Feuerwehr. Warum geht die Stadt Wien hier nicht voran? 35-Stunden-Woche entlastet die Frauen und schafft 7.000 neue Arbeitsplätze. Ist doch gut. Ja, aber trotzdem noch einmal die Frage, woher kommt das Geld? Wir reden hier jetzt von 900 Millionen Euro. Haben Sie irgendein Gegenfinanzierungsmodell, wo Sie das wieder einsparen wollen? Wir wissen jetzt alle, ich habe Ihnen vorher die Zahlen genannt, dass wir allein in den letzten Wochen 400 Millionen an Covid-Maßnahmen gesetzt haben. Wir wissen auch auf Bundesebene, die 50 Milliarden sind enorm wichtig. Wir werden trotzdem, ich weiß, das eine ist Gesundheit, das andere ist die Wirtschaftskrise. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir nicht rausinvestieren in einen Aufbruch und ja, dazu gehören die Klimajobs und wenn wir gleichzeitig nichts übersehen. Und wenn die Stadt Wien hier Möglichkeiten hat, Tausende an Jobs zu schaffen und vor allem Frauen zu entlasten, dann ist das doch nachhaltig. Das sind die großen Themen, die Sie nach der Wahl diskutieren müssen. Sie haben in diesem Wahlkampf einen neuen Begriff von Politik geprägt, nämlich Pop-up-Politik, also zeitlich begrenzte Projekte wie Radwege, den viel diskutierten Gürtelpul. Wir haben ihn gesehen zwischen sechsspurigen Fahrbahnen. Kritiker werfen Ihnen mit unterteuern Aktionismus vor, wer genau nicht das besser investiert für solche Projekte, wie Sie sie gerne gehabt hätten. Da gibt es kein Entweder-Oder. Was heißt denn Pop-up? Pop-up heißt rasches Handeln. Das Gegenteil von Pop-up ist Stillstand. Wann haben wir Pop-up-Politik gemacht? Wir haben es beim Lockdown gemacht. Wir haben Platz geschaffen im öffentlichen Raum zu einer Zeit, wo Menschen unter schwierigsten Bedingungen gelebt haben, manchmal raus konnten, spazieren gehen, Platz schaffen, war doch das Gebot der Stunde. Das heißt, wir haben temporär Begegnungszonen geschafft, um Abstand zu halten. Wir haben Radwege geschaffen, weil wir gemerkt haben, immer mehr Menschen steigen aufs Rad um. Das ist rasch Handeln, das ist verantwortungsvolles Handeln. Und wir haben auch jetzt gemerkt, dass diese Radwege sehr angenommen werden. Wir haben in Wien 5,4 Millionen Radfahrten gemessen, allein heuer. Wir erleben einen Rad-Boom. Das heißt, auf der einen Seite braucht es rasch Lösungen, damit auch der öffentliche Verkehr entlastet wird, alles sich verteilt. Und andererseits natürlich nachhaltige Radwege. Da setzen wir 30 Projekte allein heuer um. Ist doch gut. Wenn Menschen aufs Rad steigen, brauchen sie sichere Radwege. Es werden die Wähler entscheiden, ob es ihnen gefällt. Ja, also nicht nur beim Verkehr oder bei den Radwegen. Sie waren sich jetzt auch nicht immer einig mit der SPÖ, mit ihrem Koalitionspartner. Haben aber trotzdem schon eine klare Ansage gemacht. Sie wollen die rot-grüne Koalition in Wien einfach weiterführen. Nehmen Sie sich da nicht ein bisschen Verhandlungsspielraum? Normalerweise ist die Aussage immer so, dass wir werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden und wir warten mal die Wahl ab. Sie positionieren sich da jetzt schon sehr klar. Ist das sozusagen taktisch der richtige Schritt, finden Sie? Es ist zumindest ehrlich. Das heißt, wir haben jetzt seit zehn Jahren eine rot-grüne Koalition. Und seit zehn Jahren ist Wien die lebenswerteste Stadt der Welt. Das halte ich für keinen Zufall. Und ja, ich will tatsächlich Wien zur Klimahauptstadt machen. Ja, tatsächlich. Ich sehe die Möglichkeiten und ich halte das für Zukunftspolitik. Und das wird die entscheidende Frage sein. Wir wissen, wer er Sieger wird. Das wird die SPÖ sein. Und dann wird die Frage sein, geht es mit rot-grün Richtung Zukunft? Oder mit einer ÖVP in Richtung Vergangenheit und wieder zu betonieren und wieder privatisieren? Das, denke ich, ist die entscheidende Frage. Und da machen wir eine klare Ansage für Experimente. Anderer Art bin ich nicht zu haben. Schauen wir uns da, dass wir nämlich ganz wesentlich von Ihrem Wahlergebnis haben. Wir haben eine Grafik vorbereitet. Die Wahlergebnisse der Grünen in den letzten 20 Jahren. Die sollte jetzt dann eingeblendet werden. Wie sehen Sie hier das beste Ergebnis gab es 2005 mit 14,6. Letztes Jahr 11,8. Wo wollen Sie liegen? Ganz klar das beste Wiener grüne Ergebnis, das wir je hatten. Was, wenn nicht? Ich bin gerade zuversichtlich, dass wir es schaffen. Weil ich merke, dass wir die Einzigen sind, die tatsächlich neben der Corona-Krise die Klimakrise thematisieren, hier Lösungen haben. Das haben wir besprochen ausführlich. Nein, Sie haben mich gefragt, warum nicht? Und ich sage... Nein, was, wenn nicht? Das ist ein Unterschied. Was, wenn Sie Ihr Wahlziel nicht erreichen? Ihre Vorgängerin hat ja 2015 gesagt, wenn es zu Verlusten kommt, dreht sie zurück. Was heißt, wenn bei Ihnen ein Minus steht? Das überlege ich mir dann. Ich bin jetzt zuversichtlich, dass wir das beste Ergebnis schaffen werden. Und ich nenne auch keine Zahlen. Gut, Maria Vasilako ist damals, wie wir wissen, auch nicht zurückgetreten. Schauen wir uns aber... Schon eine Weile her. Das ist richtig. Wenn wir uns die Nationalratswahl anschauen, die vergangene, da waren die Grünen in Wien bei 20,7 Prozent. Sie waren in zehn Bezirken die stimmenstärkste Partei. Davon sind Sie in Wien jetzt weit entfernt. Wieso funktioniert es auf Bundesebene besser als auf der Wiener Ebene? Das war tatsächlich bei all den Wahlen in den letzten Jahren so. Das ist nicht direkt vergleichbar. Abgesehen davon haben wir Grünen die letzten zwei, drei Jahre ja eine schwierige Zeit hinter uns gebracht. Wir sind aus dem Parlament geflogen und dann gab es diesen Schwung, die Grünen wieder rein. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ändert aber nichts daran, dass ich mich und wir uns jetzt sehr um das Vertrauen der Menschen in Wien bemühen werde. Jetzt interessiere mich noch, weil er die letzten Wochen mit offenen Augen durch Wien gefahren ist, konnte ein Wahlplakat von Ihnen nicht übersehen. Nämlich jenes mit Rudolf Anschober. Auch das können wir kurz eingeblendet bekommen. Der Slogan dazu lautet ja gesundes Klima. Und da frage ich mich, warum plakatieren Sie sich da mit dem Gesundheitsminister und nicht mit der Klimaministerin, wo die Grünen doch ein eigenes Klimaschutzministerium haben? Wollen Sie nicht einfach nur von seinen Beliebtheitswerten profitieren? Das hat zwei Gründe. Ich habe sie heute tatsächlich schon genannt. Das eine ist, ich bin davon überzeugt, dass wir die Corona-Krise, weder die Corona-Krise noch die Klimakrise alleine in Wien schaffen werden, noch wird es die Bundesregierung schaffen. Das ist tatsächlich ein Symbol dessen, dass jetzt Zusammenhalt in beiden Punkten sehr wichtig ist. Abgesehen davon, ich gebe es zu, dass ich ihn und seine besondere Art sehr schätze. Mehr als die Klimaministerin, Entschuldigung. Mehr als die Umweltschutzministerin, Leonore Gewessler. Mehr als den Parteichef. Ja, mit dieser Frage hätte ich jetzt eigentlich rechnen müssen, ist auf der Hand liegen. Ich habe aber einen anderen Blickwinkel dazu. Rudi Anschober führt uns jetzt durch die Corona-Krise. Wir sagen in Wien, Corona-Krise und Klimakrise, um Himmel über sehen wir da nichts. Machen wir es gemeinsam und das soll das gesunde Klima ausdrücken. Eine letzte Abschlussfrage habe ich noch. Ich habe gelesen, dass Sie zur Beruhigung ganz gerne Holzhaken gehen. Und das wirft die Frage auf, wie oft waren Sie jetzt in diesen Wahlkampfwochen Holzhaken? Ja, es stimmt tatsächlich, ich komme von einem kleinen Dorf und wir haben viel Holz gehackt, Holz gemacht mit dem Vater und dem Bruder. Und dieses Holzhaken ist mir noch immer geblieben, vielleicht auch um eine Art Verbindung zu schaffen. Ich habe das letzte Mal Holz gehackt vor ein paar Tagen. Da war ich unterwegs und zwar in der Lobau. Dort durfte ich Holzhaken. Also doch durchaus einmal schon notwendig gewesen. Damit sind wir auch leider schon am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen bei Ihnen, Frau Vizeprägermeisterin Hüben. Danke Ihnen. Danke fürs Fragenstellen. Doris Vettermann von der Kronenzeitung. Die Pressestunde gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Unter Pressestunde Podcast finden Sie die aktuelle Sendung 30 Tage lang auf den gängigen Podcast-Plattformen. Jetzt im Anschluss geht es weiter bei Rebecca Salzer im Parlamentsmagazin Hohes Haus. Gast im Studio ist Gabriele Heini-Schosek, die stellvertretende Klubobfrau der SPÖ. Und am Abend diskutiert Claudia Reiterer im Zentrum über das Thema Mein Leben, mein Tod, der schmale Grad beim Thema Sterbehilfe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen.